Das ist nicht, diese Flecken zu vermeiden, aber dass sie unsichtbar werden. Wenn wir zum Beispiel schwarz auf weiß ziehen und wir ein Fleck mit dem schwarz machen, werden wir es brutal sehen. Wenn wir aber ein bestial Braun auf ein scorched Braun ziehen und es wie ein Fleck machen, wird man es weniger sehen. Also mit...